Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Hier unter dem Mars Letcher Moor, das Systemmittel eine viele terraformierbare Planete gefunden haben, bin ich die auch noch alle gerade abgeflohen. Mir hat die Jode Frameshift Antrieb aufgeladen für 300 Lichtjahre oder so und die bin ich jetzt auch gesprungen. Und mir ist jetzt nur noch ein Sprung vom ersten Ziel in diesem Sektor entfernt. Wieder so ein AAAH-System. Es müsste ein Wolfrei E-Stern sind. Ja genau, Wolfrei E-O-Stern. Und wir schauen einfach mal, ob mal Glück kann. Vielleicht war hier noch keiner. Oder ob der Jesse schon mal hier war. Oder irgendjemand anderes. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und zwei andere von den großen maßreichlichen Systemen sind ja direkt in der Nähe. Die man eigentlich mit N2-Sprünge erreichen müsste. Ah, da war schon jemand. Schade. Schade, schade Schokolade. Hier ist auch nur ein Stern. Gut, dann gucken wir mal, wer war denn der Glückliche. Team Hitmarks. Okay, der Name kenne ich nicht. Aber nicht schlecht. 101 Sonnemasse. Ja, das ist doch eine Ansage, würde ich sagen. Gut, okay. Bugmark können wir mal rausnehmen. Brauchen wir mal einen. So, wo ist unser nächstes Ziel? Nehmen wir denne. Das sind zwei Sprünge. Das sind zwei Sprünge. Da kommen wir mal ganz easy so hin. Ach, da hätten wir auch keine, eine einfache FSD-Uufladung. Aber komm, das sind zwei Sprünge. Die können wir hin. Ich glaube jo fast. Wenn der hier, wenn der Stern entdeckt ist und diese ist wirklich nur 80 Lichtjahre entfernt, dann ist der wahrscheinlich auch schon entdeckt. Würde ich jetzt mal annehmen. Na, wir lassen uns mal überraschen. So, Sprit haben wir noch genug. Da nehmen wir einen Vorbeifflug ein bisschen was mit. Sechs Sterne. Würde von vier Sonne. So, das sind wir schon ein bisschen entfernt. Gut, okay. Ah, ja, okay, gut. Alles klar. Hm, 2, 3er-Picture. Hm, sind deine 2, so vollsymmetrisch aufgebaut. Ah, nicht schlecht. Okay. Dann können wir direkt zu diesem, ach, ach, oder so, Wolfrei EU-Stern. 3, 2, 1, oder? 4, 3, 2, 1, Schuss. oh wow der ist noch unentdeckt das wundert mich jetzt aber auch nur ein objekt in der 30 lichtsekunde so ach der hat noch 84 sonnenwasser aber ist doch schon ansprechend oder bei 0,3 sonne radio das war noch relativ kalt wieder also klar ist schon warm aber wenn hier steht die könne bis zu 200.000 kelvin der hat gerade nur 12.000 ok ja also immer gerne in unsere sammlung auf würde ich sagen und apropos sammlung hier können wir das bookmark streichen wie weit ist es nur hier 500 ihre 20 das ist näher 342 fährt sich jetzt so könnte man aber ziemlich schnell hinkommen und zwar wenn man hier einfach denn neutronen sterne spritzsaat alles ok dann nehmen wir den neutronen stern lade dort auf und dann sind wir auch gleich beim schwarzen loch ok zu dem andere wie riese haben wir jetzt ein bisschen weiter aber mit massiven neutronen sterne insatz ist das doch machbar so sehr schön so und ich habe mich übrigens entschlossen mir warte mit der daten abgabe nicht ist mal wieder zurück in der babbel in toluku sind ich tun bei sozusagen wenn man in explorers encoach vorbeikomme lade gebe ich dort schon mal im zwischenstand ab weil das wir haben so schön so schöne sache gefunden die möchte ich gerne behalten dass irgendwas passiert oder das andere commander dort vorbeikommt und uns die massereiche sterne klaut die man schon gefunden haben das ist ja eigentlich gar kein so großes problem weil ich habe hier vorgesorgt und vorher kleiner screenshot gemacht das ist wie die daten sind aber von mir war einer immer mit war ich genau habe ich den schutz gemacht von der aktuellen statistik da kann ich ja wenn man ankommen trotzdem erfahrt zu ziehen das ist denke ich ein guter plan da muss ich gucke ob es zwischen explorers encoach und denne station auf dem kolonia connection halbe ob es dort irgendwie noch irgendwas gibt da habe ich mich gar nicht informiert also quasi quasi hier ist ja explorers encoach ungefähr sondern mir ist hier rum kommen ob es so hier in dem bereich ob dort irgendwie station ist noch mal hier nicht hier so sehenswürdigkeit die in die station ist nur 9 da das sind die station das ist sehenswürdigkeit ob dort vielleicht irgendwo in dem bereich was ist oder vielleicht sogar hier die schade abstecher machen da muss ich mich nur informieren und das system nehmen wir es halt mal mit hatte vorteil dass dann wieder ein system ist wo überall unser namen steht manchmal mache ich das hier dieses systeme nicht gerade so großen oder in sie viel terraformierbar gibt dann weiter hat er auch noch mitgenommen faden der 0,7 terraformierbar es ist nur für künder terraformiere aber ist du ist viel viel arbeit zu erledigen so heiß wie der ist das doch spannend moment du bist auch ziemlich exzentrisch kann das sind achsenreformierbar nicht nur so 0,2 ok so gut moment ich kann was anderes gucken große halbachse was halt cool wäre wenn halt hier das kann man aber bestimmt als eine date ausrechnen wenn man weiß wie wenn dieses wie hier ist die dinger nur apohill und perihill oder so dieser dann die nächst der nächste abstand und der größte abstand auf die bahn zum stern wenn das direkt an gibt wäre das wäre irgendwie cool kann man bestimmt auch seine date wo hier sind ausrechnen aber ich weiß nicht wie auch komo hier ganz rechts am rand andromeda die hintergrund textur ist aber nett dass sowas gibt dass sie daran gedacht haben genau der ist nur ein bisschen größer zu schnell für sonden absetzung gut ja also ich habe gar kein ziel gesetzt weil ich hier aufladen wollte ok und das kriegen wir also mit einem sprung hin sehr schön system komplett gescannt wunderbar da gibt es hier leider kein extra geld wenn wir mal ein system komplett scannt ok ich bin gespannt was das für schwarzes loch ist schwer ok 3 warte mal da könnte man doch die galaxie bis sie verzehre los sind immer einfach bis sie diese richtung fliegt ich habe es geachtet schon auch noch unentdeckt sowas haben wir dann hier 25 sonne maße in neutronen stern ok gut ziemlicher entfernung und dann das umkreis nochmal schwarzes loch mit vier sonne maße das ist interessant gucken wir uns gerne mal so an ok spannend so haben wir jetzt mehr fliehe einfach nur bis das system unter uns ist das system dieses schwarze loch dings bumms das ist das ich auch mal irgendwie ja 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 wunderbar wunderbar warum wir mit kugel grad wir sind das andere entfernt nicht schlecht 30.000 sich sekunden und werden wir nur 20.000 so ... ... ... so wir nehmen uns mal langsam darauf zu und ... ... Mo dieses Gravitationsspiel hier, das ist schon creepy. Geil, gucke ich das mal an, das sieht so cool aus. Hohohoho, wie geil. Hoho, das ist doch nicht schlecht, das Tor. Hoho, das ist so creepy. Also wenn wir mal besoffeln, müssen wir das mal probieren, das kommt bestimmt ziemlich gut. Ach geil, da haben wir auch diese, dieser Sternering hier, diese Sternekugel, das ist einfach cool. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Naja, wir müssen hier weit genug entfernt, da geht das. Uh, Eintritt nicht. Okay. Das ist so krank. Geil. Da haben wir das schwarze Loch so richtig auf der Schellenposition gekriegt. Das ist doch herrlich. Oh, Fluchtweck, da. So, direkt vom Kühlkörper gezündet. Oh, hohohoho, geil. Ach Gott, wie geil. Wow, das hat aber irgendwie so richtig gewirkt, als ob man wahnsinnige Beschleunigung aufnimmt. Und dann gerade so über, über die Scheibe von der Galaxie husche. Hey, das war mal richtig cool. Wow. Ach, herrlich, immer wieder herrlich. Gut, einen Kühlkörper können wir uns zur Not bauen. Andererseits können wir dann auch eine nächste Station wieder auskaufen. Okay, dann direkt mal zu diesem Neutronenstern hier. Das geht, denke ich, schneller, als wenn wir dann eine 30.000 Lichtsekunden Entfernung anfliegen. Und dann, oh, Richtung, Richtung nächstem System. Ach, das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Der Schöne, der sah relativ harmlos, der Dorn. Oh, und ganz alleine im System. Ganz alleine ist der. Ja, komm, bleibt drin. Knapp. Gut. Dann können wir mal die Karte studieren. Hier machen wir es ja schon mal. Bookmark weg. So, ähm, gucken wir mal, das ist 1.000. So, natürlich, nimm mal denne. Okay. Kopf mal hier runnen. Wie weit sind wir hier entfernt? 280. So, komm, nimm mal grad. Äh, ja, genau, das passt von allem, was wir so sehen. So, dann ein bisschen Abstand gewinnen, dass wir mal zufällig das Sperrgebiet drin fliehen. Wäre bei so meiner Drohnenstern nicht so gut. Okay. Und ab dafür. So, dann wiederholen wir ihn. Und ab weiter. So, dann weiter. So, dann wiederholen wir ihn. Und ab jetzt. so natürlich wieder aufladen kurzer blick auf unsere koordinate 2288 lichtjahre unter der galaktischen ebene bleibt unglaublich böser chat wie viel wir haben hier noch was ist gerne glaube ich das nicht schlecht wie hier ist zunehmend wenig sterne und hier so dann müssen wir hier noch ein bisschen scannen bisschen kleinen kram moment was war da geologisch ok das so hört sich aber schwer nach viel genau 4 krims krams an dann hätte mal hier noch was der nett um das system durchreist von b und c stern so erstmal gucken oh oh ja ok doch nur 1,9 g 1,6 und hier ist noch was mit ok auch relativ groß doch recht interessantes system hier die zu sind relativ nah beisammen naja mir dann guck mal weiter frameshift antrieb 93 prozent das ist voll ok 308 lichtjahre also mal hier können wir noch ein bisschen ja nehmen wir doch das oder 310 1,10 1,10 1,6 b stern genau können wir nochmal auftanke würde ich sagen jup ja 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 das ist besser viel besser sogar hey wenn bei dem b stern wenig los ist dann kommen wir noch zu dem überriese in der folge ja da kann man schon richtig Zeit sparen so nur drohne stern springen klar ich verpasse jetzt alles was dort inzwischen ist aber wir sind so lange auf Tour jetzt oder noch so viel vor uns dann kommen wir noch bei genug sache vorbei ich muss auf der wegschwoll da ein zwei filme dabei gucken und dann schalte ich hier eh mal auf die wirtschaftliche Route und guck mal so im Bereich genau an so hier ist auch sonst nichts ist hier sehr cool dann Moment da können wir noch ein bisschen näher ran hier so oh nein dann kann ich schon mal wie weit bist du doch noch so weit oh ein schwarzes Loch nein Neutronenstern 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 brauchen wir mal wenn wir in der Folge noch ankommen wollen so ok es ist aber da immer geil wie sich die Farbe so ändert wenn man aus dem haupte Einflussgebiet Einflussbereich von dem Stern weg kommt sehr schön sehr schön intensive blau weiße Strahlung und dann geht es nur irgendwie ins rödliche über von halt vom Galaxie Hintergrund das ist schon cool cool gemacht so so fünf stück das ist relativ moderat komm dreh dich ok wirst du bleibst du bitte das haben wir gerade nur noch ganz kurz hat haben wir eine Morinlösung was ganz knapp nicht gereicht hat bei mir schon mal unglaublich so dann ähm ja das sind wahrscheinlich wieder so die Höllewälde oder was das nochmal ist hier halt oft so Neutronensternkreise im gehörigen Abstand ne das ist immer eher normale oder oder kommt das jetzt hier auf eine Farbgebung nicht so rüber oh ne das sind immer andere komplette Nebelgelehr aber relativ klein wie nah bis hin und nach auch zu weit Mist äh ne stopp Moment so zack da kommen wir am nächsten Sprung hin sehr schön reich noch für diese Folge coole Sache so so ich bin gespannt blauer Überriese ja manchmal kommt man ja bei die blaue Überriese und die sind gar nicht so überriesig sonst sind sie einfach nur ganz normale Ausdehnungen oder so vielleicht ein bisschen größere das ist eigentlich komisch und vor allem wäre es cool wenn er unentdeckt wäre naja warte mal mal ab ach ist schon entdeckt Mist wow wow der ist groß N.000 ändert Lichtsekunde Umiwashi der war schon mal hier oh gar nicht so 266 Sonoradio oder heute mal schon größere ok gut gut auch nur einen Stern hier drin naja kann man nichts machen aber wir waren dort ja und dann würde ich da mal fast sagen ne Moment Moment wenn wir hier auch schon ein Cut machen dann auch mit einer vernünftigen Aussicht würde ich sagen das muss doch sind so eine schwarze Bildschirm machen wir doch kein Cut das machen wir nur mal an der Orse-Bereiche von der Galaxie sind ok dann gucken wir uns wenigstens ein überriesen an blauer und jahren Montag glaube ich und dann wünsche ich euch eine gute weitere Woche das nächste Wochenende kommt bestimmt und bis zum nächsten Montag und bis zum nächsten Mal bei 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 Vielen Dank.